Heute zeige ich dir, wie du einen sogenannten Eigenverbrauch bewerten und verbuchen musst, wenn also ein Unternehmer aus seinem Unternehmen Waren für private Zwecke entnimmt. Gleich geht's los! Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video zum Thema Jahresabschluss hier auf Poo Education. Ein Unternehmer entnimmt für private Zwecke Waren aus seinem Unternehmen. Im vorigen Video war es Herr Müller, der sich einen Tennisschläger für private Zwecke aus seinem Unternehmen entnommen hat. Ich verlinke dir dieses Video übrigens jetzt hier oben. Im heutigen Beispiel ist es der Herr Huber, der sich aus seinem Unternehmen einen Laptop entnimmt. Schauen wir uns das Beispiel einmal genauer an. Herr Bernhard Huber betreibt ein Elektrofachhandelsgeschäft in Wien. Am 21. August des laufenden Geschäftsjahres entnimmt er einen Laptop der Marke HP Pavillon. Der Einstandspreis dieses Laptops betrug am 7. Juli 1.300 Euro netto. Der Wiederbeschaffungspreis am 21. August, also exakt an dem Tag, an dem der Herr Huber diesen Laptop aus seinem Unternehmen entnimmt, der beläuft sich an diesem Tag auf 1.210 Euro netto. Der Verkaufspreis am 21. August, der beläuft sich auf 1.570 Euro netto. Dies ist also jener Preis, den seine Kunden an diesem Tag für diesen Laptop netto berappen müssen. Was wissen wir nun schon? Aus dem vorigen Video wissen wir, private Warenentnahmen haben zum Teilwert bzw. eben zum Wiederbeschaffungspreis zu erfolgen. In den meisten Fällen entspricht der Teilwert, das ist ein Begriff aus dem Steuerrecht, eben dem Wiederbeschaffungspreis. Und daher werden wir diesen Preis für diese private Warenentnahme nun ansetzen. Nochmal zur Wiederholung. Der Wiederbeschaffungspreis beträgt am Tag der Warenentnahme 1.210 Euro netto. Also exklusive 20% Umsatzsteuer. Nun muss Herr Huber natürlich nicht nur diesen Wiederbeschaffungspreis bezahlen. Nein, ein Eigenverbrauch, also eine private Warenentnahme ist steuerpflichtig. Das heißt, der Herr Huber muss wie jeder andere Konsument natürlich den Bruttopreis für eine Ware bezahlen und darf sich also diesen Laptop nicht zum Nettopreis aus seinem Unternehmen entnehmen. Wir schlagen also auf die 1.210 Euro noch die Umsatzsteuer drauf. Wir rechnen also 1.210 Euro mal 0,2, entspricht eben dem 20%igen Steuersatz. Es ergibt sich ein Wert von 242 Euro. Und wenn wir nun den Nettobetrag und den Steuerbetrag addieren, dann kommen wir auf einen Entnahmepreis inklusive 20% Umsatzsteuer von 1.452 Euro. Ich habe dir hier jetzt übrigens nochmal vermerkt, wie ich auf den Steuerbetrag von 242 Euro gekommen bin. Nämlich den Nettopreis 1.210 Euro mal dem Steuersatz mal 0,20. Dies ergibt eben den Betrag von 242 Euro. Dies musst du wissen, denn in Beispielen bei Tests und Schularbeiten wirst du möglicherweise diesen Steuerbetrag dir ausrechnen müssen. So, den Eigenverbrauch haben wir richtig bewertet, zum richtigen Preis. Die Umsatzsteuer haben wir aufgeschlagen, den Entnahmepreis inklusive Umsatzsteuer berechnet. Nun fehlt nur noch die Verbuchung des Eigenverbrauchs. Und auch dies geht ganz einfach. Wie gesagt, es handelt sich ja um eine private Warenentnahme. Daher kommt der Betrag von 1.452 Euro, also der Bruttobetrag, auf das Konto Privat, auf das Privatkonto von Bernhard Huber. Der Eigenverbrauch, der Nettopreis, also der Wiederbeschaffungspreis, den buchen wir auf das Konto 4.900. Du siehst, dieses Konto ist ein Ertragskonto und damit wirkt sich ein Eigenverbrauch, also eine private Warenentnahme, auch gewinnerhöhend im Unternehmen aus, wenngleich auch natürlich hier kein Geld ins Unternehmen fließt, weil das Ganze ja nicht auf einen Kunden zu schreiben ist, sondern eben auf das Privatkonto des Firmeninhabers. Die Umsatzsteuer, die müssen wir natürlich auch verbuchen. Die 242 Euro, die gelangen auf das Konto 3.500 auf die Haben-Seite. Drei Dinge musst du dir also zum Eigenverbrauch merken. A. Du musst den Wiederbeschaffungspreis ansetzen. B. Der Eigenverbrauch ist umsatzsteuerpflichtig. und C. Du musst den Eigenverbrauch auf das Privatkonto des Unternehmens buchen und als Ertragskonto benötigst du das Konto mit der Nummer 4.900 Eigenverbrauch. Damit du künftig kein neues Video mehr versäumst, empfehle ich dir, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Und wirf unbedingt auch einen Blick in die Playlist zum Thema Jahresabschluss. Da findest du eine ganze Reihe von weiteren sehr, sehr nützlichen Videos zum Thema. Für heute sage ich danke, dass du wieder eingeschaltet hast. Das heißt, habe eine schöne Zeit und wir sehen uns sicher bald wieder. Bis dann. Ciao.